Es war einmal in einer gemütlichen kleinen Wohnung voller Liebe, als ein Paar beschloss, ein neues Mitglied in ihre Familie aufzunehmen. Sie adoptieren ein winziges Kätzchen namens Louis, ein Wollknäuel mit großen, neugierigen Augen, die vor Schelmerei funkelten. Von dem Moment an, als Louis in ihr Zuhause trat, war klar, dass sich das Leben auf die schönste Weise verändern würde. Louis ließ sich nicht lange bitten und erkundete jede Ecke und jeden Winkel, während seine kleinen Pfoten sanft auf dem Holzboden patterten. Das Paar, aufgeregt und ein wenig nervös, beobachtete, wie er furchtlos auf die Couch sprang, auf die Fensterbank hüpfte und nach draußen in die Welt spähte. Doch es war der Mann, der Louis' Herz am schnellsten eroberte. Da er noch nie zuvor eine Katze besessen hatte, war er von den verspielten Streichen des Kätzchens sofort verzaubert. Bald wurde Louis zu seinem Schatten und folgte ihm im Haus mit einem fröhlichen Hopsen. Als Louis zum ersten Mal sein Gesicht an die Nase des Mannes rieb, fühlte es sich wie Magie an. Es war eine sofortige Verbindung, ein stummes Versprechen von Kameradschaft. Und als Louis sich auf seinen Schoß kuschelte und sanft schnurrte, wusste der Mann, dass er einen Freund fürs Leben gefunden hatte. Louis passte sich schnell an ihre Routinen an. Er liebte es, seinem Menschen beim Arbeiten am Computer zu helfen, wobei seine winzigen Pfoten auf der Tastatur ruhten, als würde er versuchen, seine eigenen Gedanken zu tippen. Das Paar lachte über seine Streiche und wunderte sich, wie viel Freude dieses kleine Wesen in ihr Leben brachte. Wann immer der Mann einen harten Tag hatte, schien Louis es zu spüren. Er sprang auf, schmiegte sich an ihn und fiel auf seiner Brust in einen tiefen Schlaf, bot ihm die Wärme und den Trost, den nur ein Haustier geben kann. Nachts hatte Louis eine charmante Angewohnheit, sich eng an ihre Gesichter zu kuscheln, während er ins Traumland driftete. Oft wachten sie mit dem Anblick von Louis' winzigen Pfoten auf dem Kissen neben ihnen auf. Ein sanftes Schnurren erfüllte die Luft. Jeder Tag brachte neue Freuden, und sie erfreuten sich daran, Louis beim Wachsen und Entdecken zuzusehen, während sie seine kleinen Erfolge feierten, wie das Bezwingen des hohen Bücherregals oder das Herausfinden, wie er auf die Küchenarbeitsplatte springen konnte. Während sie zusammen im Wohnzimmer saßen und Louis zwischen ihnen gekuschelt lag, konnte das Paar nicht anders als dankbar zu sein. Seine neugierige Art und sein liebevoller Geist erfüllten ihr Zuhause mit Lachen und Wärme, eine Erinnerung an die einfachen Freuden des Lebens. Oft scherzten sie darüber, wie dieses winzige Wollknäuel ihre Welt zum Besseren auf den Kopf gestellt hatte. Louis war mehr als nur ein Haustier, er war Familie. Als sie Geschichten über ihre Abenteuer mit Louis teilten, wurde ihnen klar, wie wichtig es war, sich für andere bedürftige Tiere einzusetzen. Jede Adoptionsgeschichte ist eine Chance, ein Leben zu retten. Genau wie Louis. Wenn du also an die Magie der tierischen Begleitung glaubst, like diese Geschichte, teile deine Gedanken in den Kommentaren und vergiss nicht, für weitere herzerwärmende Geschichten zu abonnieren. Schließe dich uns an, um die Liebe zu allen Geschöpfen, groß und klein, zu verbreiten. Denn jedes kleine Louis verdient eine Chance auf ein Für-immer-Zuhause. Schließe dich uns an, um die Begleitung, groß und klein, zu verbreiten.